Willkommen bei einer Runde 1 in the Champa, hier heißt es Bounty Hunters, weil ich auf Hypixel bin, aber es ist genau das gleiche. Ja, halt einfach, ja, one in the Champa, halt. Tolle Erklärung. Ist das gleiche, aber one in the Champa halt. Ist das gleiche wie one in the Champa, aber ist halt das gleiche. Jo, jo, ist schon gut. Ja, reicht schon. Ja, und, ähm, ist so, dass man mit einem Pfeil nur einen Pfeil hat, jemanden zu töten, wie ich das gerade tue. Aber wenn man trifft... Oh, du bist... Verdammt. Ähm, wenn man trifft, aber bekommt man einen Pfeil wieder. Und... Wow. Bist du leckig? Bist du leckig? Egal. Und wenn man jemanden tötet, egal wie, ob Schwert oder ohne, ist... Bekommt man wieder einen Pfeil, aber es ist halt besser, jemanden mit einem Pfeil zu töten, weil dann hat man ja direkt wieder... Ist halt One-Shot. Da, glaub ich, muss ich euch die Vorurteile nicht erklären. Scheiße. Der Big Swords Kill Laura. Äh, wir spielen eben einen Bogen, also... Ich bin Kill Laura, was nichts, außer man geht mit einem Schwert drauf. Getroffen. Das war mein Ziel. Ah ja. Ähm... Hier kommt's fort, das ist... Scheiße. Ziel ist ne Kunst. Ja. Danke. Ähm... Es ist halt so, dass es manchmal Tarits gibt, ähm... Für die man... Oh, Scheiße. Hä? Wieso... Wieso verlieh ich jemanden den Schwertkampf? Okay, das war jetzt gleich behindert. Na? Oh, Scheiße. Ey, ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich check schon, dass... Vielleicht der andere besser kämpft, aber... Ich guck's nicht mal so vor. Oh, Scheiße. Ich guck's nicht. Boah. Ich schreige mich nicht zu. da muss ich halt abhauen und den davon hinten attackieren hätte ich empfangen punkt ich hätte so ganz schießen können hat er hatte ich nicht da bist du auch du wirst nicht so bin ich jetzt gestorben den haben ich doch umgebracht den habe ich kaltblätig umgebracht das minecraft nicht ein killer spiel sollte man verbieten ah verdammt hätte ich gehabt ich werde immer von ihr druck getroffen sehr lustig ja auf mich auf mich bei der jocke noch ich fühle mich langsam verarscht ich bin fünfter fünfter ja nicht mal so schlecht was ist das jetzt euer ernst der hat geblockt und hat mich getötet ja genau genau wie wahrscheinlich hat mich hier jemand von hinten erschossen das das mache ich jetzt nicht vorher wäre das schloss gut gewesen aber jetzt nicht okay die runter ist vorbei ich hoffe dass sie hat euch gehalten wann es so eine kurze aufnahme aber who cares ich sage mal bis dann Vielen Dank.